Wir arbeiten alle an der eWorks Marketing Suite. Das ist unser Produkt, das ist eine Software-Service, das ist eine Cloud, selbst gehostet. Das macht uns eine Freude, dass man da praktisch Full-Stack auch samt Betrieb und das haben wir in zwei Teams aufgeteilt. Da gibt es sozusagen das Produktentwicklungsteam, das wirkliche Dev-Team sozusagen, Produktfortentwicklung, dort sind wir sechs Programmierer aktuell und suchen eben noch mehr, wachsen da stetig und Produktweiterentwicklung als Scrum-Team, wo wir in zwei Wochen Sprints möglichst den Value steigern und das zweite Team, das ist sozusagen Service-and-Account-Management, nennen wir das, das arbeitet so kanntenbarmäßig, das ist eine Form von Konfigurationsmanagement für den Kunden, sprich Mandanteneinrichtung, Anpassungen und eben die Individualität hinsichtlich Kunden ist uns auch voll wichtig und daher machen wir so so E-Mail-Templates, Formulardesigns, CI-Anpassungen, Schnittstellenberatungen. Also wir wollen da immer Richtung Kunden arbeiten und wollen aber zugleich ein Team haben, was am Produkt arbeitet, arbeiten natürlich da eigentlich als Gesamtteam zusammen, aber natürlich ist der Produktfokus eine andere Denkweise als die Kundenfokus, weil der Kunde wünscht sich immer 100 Dinge, aber wir müssen natürlich das Produkt gesamtheitlich weiterbringen. Genau, wir arbeiten da im Scrum-Team und sind da sehr motiviert. Aktuell sind die Entwickler in Rohrbach und in Linz verteilt, arbeiten da zusammen, viel Homeoffice ist eh schon standardmäßig, wobei zum Beispiel letzte Retrospektive ist wieder rausgekommen, dass wenn alle im Büro ist, irgendwie das dann trotzdem noch besser ist. Allerdings, es wird auch gefordert und wir leben das auch und haben da immer vollstes Vertrauen und Homeoffice ist schon fast zum Standard geworden und es hat uns schon Tage gegeben, wo wir alle in Teams eingestiegen sind, also wir arbeiten da Microsoft Teams und dann eigentlich könnten wir wieder mal ein Daily im Büro machen, weil wir eh alle da sind, aber weil es halt schon ein Gang und Gäbe ist und auch die Prozesse darauf abgestimmt sind. Also allgemein wollen wir unser Team evolutionär wachsen lassen, also wir wollen immer Schritt für Schritt und auch in Rohrbach und in Linz die Personen hinzuholen, also das Gegenteil davon war irgendwie rumänische Programmierer, sondern wir wollen intim auch das Domänenwissen aufbauen und das Kunden verstehen und das ist auch ein bisschen unsere Stärke von Unternehmen, dass eigentlich jeder Mitarbeiter unser Geschäftsmodell beschreiben könnte, die Art von Kunden beschreiben könnte, also daher können wir unter Anführungszeichen nur evolutionär wachsen. Beim Einstiegsszenario haben wir bewusst sozusagen ein zweistufig, persönlich für immer das Erstgespräch, da geht es eher um soziale Skills, unsere Prinzipien, also das transparente, selbstbestimmte Leben, man vermutlich sagt das fast jeder Produkt, also in einem Scrum Team muss man ja das eh mitbringen, aber diese agilen Prinzipien, ein bisschen Lebensweise und ich sage dann auch immer, das ist sozusagen Angestelltenverhältnis muss für beide Seiten passen, also es ist einfach herausfinden, passt das für beide und wir haben halt manche Dinge, die sind vielleicht noch nicht ganz perfekt und das muss daran abpassen und im zweiten Schritt, dann gebe ich immer, reserviere sozusagen eine Person im Team, macht mittlerweile fast immer dieselbe Person ehrlich gesagt, die kann sozusagen das Veto-Recht vom Team, wir nennen das nicht, wir nennen das Vorstellungstag, das ist ein bisschen auch herausfinden von den Skills oder keine Aufgabe, aber da geht es auch eher darum, wie reagiert die Person drauf, kann sie das lösen und auch das Team kann dann nur entscheiden, passt die Person zu uns, allerdings war das seltener Problem bis jetzt, wir sind ein sehr heterogenes Team, sowohl Frauen als auch Männer, als auch alt-Jungen und selbst von den Interessen, also wir haben vom Sportler bis zum, der was eh auch Knüterspiele oder so im privaten Umfeld auch macht, also wir haben da sehr heterogenität und das macht mir sehr viel Freude, weil es immer interessant ist, auch wenn man, sei es Ausflüge oder sonst irgendwas macht, das sind immer wieder andere Themen und genau, wie ich schon gesagt habe, schätzen, also was mir wirklich wichtig ist sozusagen, ist so diese Motivation an der Anwendung, dieses Neue, ein bisschen streben nach technische Experience, aber zugleich auch ein bisschen die Beharrlichkeit, also wir haben eine gewachsene Software über 15 Jahre, das heißt, wir haben ein bisschen alte Code-Teile, dann machen wir das ganz neu und wir wollen uns auch immer wieder ausrichten an der absolut neuesten Technik, wir haben auch mal, letztes Jahr waren wir z.B. auf der VIO Developers und auch heuer werden wir vielleicht noch eine Messe oder Anfang nächstes Jahres anschauen, also immer das Neue mit Microservice-Architektur, aber zugleich muss man ab und zu die alten Software-Anteile noch mit betreuen oder oftmals ist einfach durch die höhere Anzahl von Nutzer, die höhere Anzahl von Kunden, Anwendungen, was bis jetzt noch performant waren, muss man dann wieder architektonisch anders ausrichten und da ist es immer so ongoing, weiter und weiter und da arbeiten wir immer eng zusammen und das braucht es auch, also unsere Zusammenarbeit lebt auch ein bisschen von da. Natürlich arbeiten unsere Prozesse, haben wir Pipelines, haben ein Ticketsystem und so ist eh alles schon state of the art, das hätten wir vielleicht von zehn Jahren sagen können, aber selbst da, wenn wir uns immer weiterentwickeln, auch Testautomatisierung und solche Themen. Wir haben einen sehr großen Technologie-Stack, das ist auch, weil wir hinsichtlich kundengerichtet immer arbeiten und schon historisch die Software länger ist. An sich ist .NET-Entwicklung, Frontend-Technologie-View, ist vor ein paar Jahren darauf gesetzt worden, sind wir mittlerweile sehr zufrieden damit und dann haben wir so Pattern-Lips, also ASP, also Microsoft-Datenbank mit SQL. Allerdings zum Beispiel bei unserer neuesten Planung gerade wollen wir auf ein NoSQL-Datenband auch einsetzen und wir wählen auch oft die Technologie, was für das Problem am besten gelöst ist, falls das möglich ist und dass wir das mit Microsoft weiterbringen, sprich jeder Microservice für sich. Das haben wir erst vor zwei Jahren oder drei Jahren so begonnen, die wirklich absolute Kapselung. Daher ist noch nicht alles ein Microsoft und wir wollen halt alles orchestrierbar machen, das ist halt so Schritt für Schritt und wir betreuen eben da auch den eigenen Betrieb mit Docker-Services und so das Aufbauen. Ja und sonst sind es viele Standard-Technologien eben mit .NET-Umfeld, dann noch harte-Meld- und CSS-Anteile, das ist natürlich schon auch immer wichtig, also ist man im Marketing unterwegs, das heißt dort ist das Schöne, also der Anwender ist halt auch ein Marketer, der liebt schöne Anwendungen, das heißt da muss man sich schon immer auch sehr bemühen und auch hinsichtlich Verkaufserfolg macht nicht nur die Funktionalität draus aus, sondern auch das Design. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.